Politiker machen sich stark dafür, dass Lena das Bundesverdienstkreuz bekommt. Klar, das ist für diese Politiker die einzige Möglichkeit, Lena kennenzulernen. Verdient hätte sie es. Sie ist, glaube ich, die einzige, die alle kennen und die man auch im Ausland kennt. Und die uns trotzdem nicht peinlich ist. Sie hat es geschafft, uns allen das Gefühl zu geben, wir können es schaffen. Wir können singen und wir können Englisch. Morgen geht es weiter.